Ludo Moritz Hartmann, auch Ludwig Moritz Hartmann war ein österreichischer Historiker, Diplomat und sozialdemokratischer Politiker, Leben, Herkunft und Ausbildung. Ludo Moritz Hartmann war der Sohn des österreichischen Schriftstellers Moritz Hartmann und dessen Ehefrau Börter, Tochter des Achilles Rüdiger, einem Internatsleiter in Genf und bürgerlich-liberalen Pädagogen. Er war konfessionslos. Als am 13. Mai 1872 sein Vater verstarb, war er sieben Jahre alt. Zuvor war sein Vater in den letzten Jahren seines Lebens aufgrund einer Erkrankung zunehmend ans Bett gefesselt. Sein Sohn hatte daher in dieser Zeit intensiven Kontakt zu seinem Vater, sowie zu den zahlreichen Besuchern und Gesten. Im Hause Hartmann verkehrten Bankiers, Literaten, Wissenschaftler, Ärzte, Künstler und Universitätsprofessoren, unter ihnen der reichsdeutsche Politiker und Abgeordnete Ludwig Bamberger, der Chirurg Theodor Billroth, der Philosophie-Historiker Theodor Gompertz, der Rechtshistoriker Adolf Hexner sowie der Historiker Heinrich Friedjung. Nach dem frühen Tod des Vaters sorgte die 33-jährige Witwe allein für die Erziehung des Sohnes, auf Wunsch des Verstorbenen unterstützt von zwei Mitvormündern, Ludwig Bamberger und dem Wiener Bankier Leopold von Lieben. Hartmann absolvierte das Gymnasium Wasakäse in Wien und studierte die Fächer Geschichte, Rechtsgeschichte und Nationalökonomie an den Universitäten zu Wien und Berlin. Zu seinen Lehrern zählten Otto Hirschfeld, Luio Brentano und insbesondere Theodor Mommsen. Nachdem er 1887 mit der Dissertation De Exilio Apot Romanus in Berlin im Fach Alte Geschichte promoviert worden war, ging er nach Rom. 1888 zog er zu Paul Schäfer-Buchhorst nach Straßburg und ging anschließend ans Institut für österreichische Geschichtsforschung. 1889 erfolgte die Habilitation für Alte und Mittelalterliche Geschichte an der Wiener Universität. Im selben Jahr erhielt er dort eine unbefristete Dozentenstelle für römische und mittelalterliche Geschichte. Zu den Hauptgebieten seiner Forschungen gehörte die Geschichte Italiens in der Spätantike und im Mittelalter. Außerdem arbeitete er an der Edition des Briefregister Gregors des Großen mit. Überdies verfasste er eine Reihe von teils sehr umfangreichen Beiträgen für den Pauli Vesovar. Er war von 1893 bis 1900 gemeinsam mit Stefan Bauer, Karl Grünberg und Emil Chantou herausgeber der Zeitschrift für Social und Wirtschaftsgeschichte. Am 21. Januar 1893 heiratete Hartmann Grete Kobach, die Tochter eines Wiener Gynäkologen. Im selben Jahr wurde Tochter Helse und 1894 Sohn Heinrich Moritz geboren. Wirken in Wien begann Hartmann sich in Politik und Verwaltung zu engagieren. Er wurde Leiter der Universitären Volksbildungskommission und gründete ab 1905 Volkshochschulen in Wien. In besonderer Weise engagierte er sich gemeinsam mit Emil Reich für das Volksheim Otterkring. Auf seiner Tätigkeit fußen die Gründung der Salzburger Hochschulwochen, des Vereins für Abhaltung von wissenschaftlichen Lehrkursen für Frauen und Mädchen sowie des gegen die Herrschaft der katholischen Hierarchie, wirkenden Vereinsfreie Schule. 1901 trat Hartmann der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei bei ohne sich jedoch jemals parteipolitisch hervorzutun. 1918 wurde er zum außerordentlichen Professor der Geschichte und zum Archivbevollmächtigten für Österreich ernannt. Im Dezember 1918 wurde Hartmann von Karl Renner zum ersten Botschafter der Republik Österreich in Deutschland ernannt. Er blieb es bis November 1920 Hartmann gehörte auch dem Staats- und Verfassungsausschuss der Weimarer Nationalversammlung als bärartendes Mitglied. An, mit auf ihn ist die Wahl der Farben Schwarz-Rot-Gold als großdeutsches Symbol zurückzuführen. Von März 1919 bis November 1920 war Hartmann zudem Abgeordneter der konstituierenden Nationalversammlung des Nationalrates. Im Dezember 1920 folgte seine Vereidigung als Mitglied des Bundesrates. 1922 wurde Hartmann zum ordentlichen Professor ernannt. Er wirkte in diesen Positionen besonders für die Aufarbeitung der Archivfeilen der jüngst vergangenen Zeit und kämpfte wie schon sein Vater vehement für den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, den ein besonderer Artikel in der Weimarer Verfassung ausdrücklich vorsah und den auch das Wiener Parlament beschlossen hatte, der aber von den Siegermächten untersagt worden war. Ehrungen von den Universitäten Heidelberg und Bonn wurde ihm die Ehrendoktorwürde verliehen. Der Ludo-Hartmann-Platz in Wien-Ottagring ist nach ihm benannt. Alle zwei Jahre vergibt der Verband österreichischer Volkshochschulen den Ludo-Hartmann-Preis für herausragende Arbeiten im Interesse der österreichischen Volksbildung. Hauptwerke Geschichte Italiens im Mittelalter Vier Bände 1897 bis 1915 Volltexte online Band 1 Viertel Band 2 Viertel Band 3 Viertel Band 4 Viertel Theodor Mommsen Eine biografische Skizze Friedrich Andreas Pertes AG Gotha 1908 Volltext online Römische Geschichte 1916 Das von ihm geleitete Sammelwerk einer Weltgeschichte in gemeinverständlicher Darstellung blieb unvollendet.